Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Keep Talking and Nobody Explodes. Wieder mit unseren altbekannten Moderatoren nämlich dem Kevin und dem Devon. Hallo. Und wir haben es schlussendlich, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, zur Sektion Nummer 6 geschafft, die vom Schwierigkeitsgrad einfach nur extrem sagt. Also, wird lustig. Ach, wir sind jetzt bei 6? Ja, wir sind bei 6. Und dann kommt noch 7. Mit exotisch. Mal gucken, was da noch schönes kommt. Das heißt, die erste Bombe ist mit Pick Up The Pace Teil 4. Und zwar einfach der berühmte Son... Ach du heiliger. Der berühmte Sonic Spruch, gotta go first. Och ne. Und wir haben 4 Module, 1 Fehlversuch und wir haben nur 1 Minute 20. Was? Aha, also ich hoffe... Gute Voraussetzung dafür, dass ich... Ja, Steven, ich würde sagen, wir wenden das Ganze hier. Es hat keinen Sinn, das schaffen wir nie. Doch, doch. Ja, wir wenden jetzt nämlich wieder vielleicht so eine Eier... Ne, die Eier aber nicht, aber... Ähm... Hier die Kondensatoren oder so drin. Es wird nicht so was kommen. Es wird nicht so was kommen. Oder einfache Module. Ja, jetzt stink's nicht. Aber... Wir versuchen es einfach. Wir lesen los. Mehr jetzt schief gehen kannst du ja nicht. Oh ja. Hängt nur mein Leben dran. Hängt schon mal das nur für dich. Ja. Okay. Das heißt, ich darf nicht mein Teleskop benutzen? Nein. Nein. Wir haben schon mal einfache Drähte. Und zwar... 1, 2, 3, 4... 5 Stück. 3 weiß, 1 blau, 1 schwarz. Ja. Letzte schwarz. Ja. Achso, das sind 6 Stück. Entschuldigung. Äh... Entschuldigung. 3 weiß, 2 schwarz, 1 blau. Kein rotes? Nein. Das letzte. Okay. Dann drehte mit 1, 2, 3 abc. Ähm... Äh... Ups. Ja, ist er gern. Rot nach C? Ja. Blau nach B? Ja. Schwarz nach B? Ja. Rot nach B? Ja. Rot nach B? Rot nach B? Nein. Schwarz nach A? Ja. Ja. Blau nach B? Nein. Blau nach B? Ja. Äh... Rot nach A? Nein. Und schwarz nach C? Nein. Das war falsch. Was? Also... Da hat jetzt... Bei den letzten beiden, da hat was gefehlt. Weil... Ich hab überhaupt nach unten geschalten, das war falsch. Scheiße, weil... Das ist das vierte rote, nicht das fünfte. Ja. Ja, genau. Deswegen bin ich ja froh, wenn du mitzählst. Weil ich dann definitiv durcheinander komme. Fuck. Weil ich hab mich auch... Ich hab mich auch gerade gewundert. Warte mal. B? Ja? Nee, das kann doch nicht sein. Wo ist denn der? Das ist schon das fünfte. Hab ich mich jetzt verziehen? Deswegen aber... Geiße. Ja, passiert. Mach mal gleich weiter. Auf jeden Fall sind auch schwere Module mit drin. Also hier müssen wir wirklich flink sein. Und zwar haben wir... Einen gelben Knopf, wo drauf steht Detonate. Jungs. Äh... Hast du mehr als eine Batterie? Ja. Okay, der Knopf sagt Detonate. Ja. Und ist gelb. Direkt wird loslassen. Okay, dann Symbole. Ja. Äh... Wörtzeichen. Ja. Dann Zunge blickender Smiley. Ja. Ein ausgefüllter Stern. Und ein C mit nem Punkt. Ähm... Smiley. Ja. Schneller. C Punkt Windows. Okay. Dann schwierige Drähte mit Symbol und so. Ähm... Ja. Nur ein Symbol. Nur ein Symbol. Ja. Äh... Durchtrennen. Dann blau... Nur blau. Nur blau. Äh... Die letzten Ziffern der Seriennummer gerade. Ja. Durch... Äh... Durchtrennen. Dann nur rot. Äh... Durchtrennen. Dann nur rot. Äh... Durchtrennen. Weder. Symbol. Ja. Und zwar einen ausgefüllten Stern. Ja. Kronleuchter. Ja. T mit nem B. Und Wörtzeichen. Äh... Kronleuchter, TB, Word-Stern. Word-Stern. Okay. Roter Knopf. Detonate. Äh... Drück... Hast du mehr als eine Batterie? Ja. Äh... Drücken und wieder loslassen. Okay. Schwierige Drähte mit LED? Ja. Hab ich. Äh... Weiß und LED? Also... Nur LED. Äh... Nicht durchtrennen. Nicht durchtrennen. Okay. Äh... Rot und LED? Hast du mehr als drüber drehen? Ja. Dann durchtrennen. Dann Rot. Äh... Hast du... Letzte Ziffer... Achso. Letzte Ziffer gerade? Ja. Also auch durchtrennen. Dann äh... Blau? Dasselbe. Durchtrennen. Okay. Und Rot-Blau muss auch. Okay. Dann haben wir nur noch ABC. Mitreden. Äh... Ja. Blau C? Nein. Rot B? Nein. Dann... Schwarz B? Ja. Blau C? Ja. Schwarz B? Nein. Äh... Schwarz A? Nein. Blau A? Nein. Schwarz A? Ja. Schwarz A? Ja. Nein. Ja! Alter! Wir hatten doch 10... 11... 11 Zehntel hatten wir noch. Wow. 0,11 Sekunden Zeit. Heilige Scheiße. Rettung in letzter Sekunde. Aber wirklich. So. Und du wolltest, dass ich mir die Seiten aufschreibe. Ja, da wärst du überhaupt nicht mehr hingekommen. Steven, ich hab mir das jetzt im Kopf einfach zusammengereimt, bei welcher Zahl ich bin, ne? Okay. Ohne das aufzuschreiben. Na, ich kann mir das beim besten Willen irgendwie nicht merken. Ich weiß nicht. Wenn dann bei drei verschiedenen Farben... Ich hab ne gute Vorstellungskraft, da geht das. Okay. Bei... Du hast ne Menge Fantasie. Ich hab ne Menge Drogen genommen. Ne, weil gerade bei... Du hast eigentlich zu viel Kräutertee getrunken, ja. Ne, das ist ja mein Part. Ja, das ist ein Teil Kräutertee. Ah... 70.000. Ne, nur gerade bei drei verschiedenen Farben irgendwie. Dann, wenn du schon beim dritten oder vierten bist, dann weiß ich nicht scheiße, bei welchem... Wie viel hatte ich jetzt da? Ach doch, ich hatte das. Hab ich grad geschafft. Okay. Alles klar, die 70.000 sind geschafft. Nice. So, jetzt haben wir die Bombe Jongleur. Ähm... Nein. Es ist ein bisschen so, wie... Also... Es ist mal ein bisschen so, als würde man versuchen, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, nur dass es eine Bombe ist. Wie auch immer das gemeint ist. Viel Spaß. Das heißt, dass vorne und hinten irgendwas du dich drum kümmern musst. Ach so. Ja. Na toll. Ist wahrscheinlich. Aber das hat man doch schon mal. Weil, wenn du auf der linken Seite die Eierhauer hast, auf deinem anderen Kondensator oder so, das geht da eigentlich. Auf jeden... Warte, dann auf beiden vielleicht, dass ich die Eierhauer holst? Ja, das ist natürlich doof. Äh... Ha. Heißt, ich hab's gesagt. Ja. Okay, starte. Ähm... Bloß zum Hinweis, wir haben wieder einen Fehlversuch, acht Module und fünf Minuten. Also das ist schon mal real. Mal drin. So. Okay. Ähm... Ja, was war das denn jetzt? Ist das nicht eben schon... Fangen wir jetzt hier erst die Folge an. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ne. Wir sind schon bei 13 Minuten. Okay, naja, wir haben nur Eierhauer. Auf jeden Fall... Ähm... Tanzfläche. Und... Wir haben kein Vokal. Und es leuchtet... Kill doch mal. Achso. Okay, ja. Es leuchtet blau. Gelb. Dann... Blau... Rot. Gelb-Blau. Dann... Blau... Rot. Rot. Ist gelb. Blau. Blau. Und... Blau. Rot. Gelb. 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 Blau. Ja. Und zwar... Ja. In der ersten Reihe nur das zweite von rechts. Ist an. Ja. Ja. Und in der letzten Reihe die... Und... Unten sind nur das... Das vierte und das fünfte ein. Linke Position. Okay. Dann haben wir... Äh... Morsen. Gelb. Achso. Ich mach... Du guckst auf die... Genau. Wir haben... Äh... Lang... Aus... Äh... Kurz... Lang... Kurz... Stopp. Lang... Lang... Kurz... Stopp. Lang... Kurz... Lang... Stopp. Ende. Wo haben wir jetzt die Scheiße? Was denn? Da. Da. Warte. Auf jeden Fall Kevin, dir sag ich schon mal das Passwort. Nur... nur kurz. Ja. Achso, ja. Okay. Und zwar... Äh... Ida... Nordpol... Warte, 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 warte. Aber verdammt. Erstmal die Eieruhr schnell. Jetzt. Erstmal die Eieruhr. Und zwar ähm... Ist es... An... Aus... An... Dann... Aus... An... Aus... Und ihr brauchtet ja eigentlich nur die erste Reihe, oder? Ja. Die untere brauche ich jetzt auch. Okay. Dann haben wir aus, an, an. Aus, an, an. Äh... Obere Position. Okay. Gut. Dann... Buchstaben? Warte... Ja. Und zwar... Nordpol... Ludwig... Paula... Julius... Gustav... Ida... Genau. Dann... Gustav... Anton... Julius... Siegfried... Nordpol... Werther... Ja. Und... Nordpol... Friedrich... Martha... Richard... Siegfried... X. Alles klar. Alles gleich. Okay... Dings... Mann, Devin! Nein, kannst du vergessen, musst du nochmal sagen, weil... Es kommt Eric raus und Eric gibt's nicht. Okay. Also, wir haben... Erstmal ne IO. Und zwar... An... Aus... Warte. Warte, 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 warte. An... Aus... An... Ja. Dann aus... An... Aus... Was? An... Aus... An... Aus... An... Aus... Ja. Und dann... Wie bitte? Unten. Okay. Gut. Dann wegen Morsen muss man schnell den Ding sagen. Large. Large, okay. So... L... A... R... G... Jawohl. Gut. Dann haben wir, wie gesagt, Morsen und zwar... Genau. Lang... Stopp. Kurz... Lang... Kurz... Stopp. Kurz... Kurz... Stopp. Lang... Kurz... Stopp. Äh... Kurz... Lang... Kurz... Ach scheiße, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Wir haben noch eh ne Minute, dass... Ich muss... Ja, aber es kann trotzdem nicht hin hauen. Wieso haut es nicht hin, oder wie? Es gibt kein... Weil... Es gibt ein Wort mit E... In unserer Speise. Du könntest es mit E anfangen. Okay. Aber es ist wirklich nur lang... Stopp. So ne, warte. Lang... T... E... Fuck. Aber... Gut. T gibt's aber... Trick. Stimmt, T gibt's nur Trick. 3... 2... Okay, dann Eieruhr, aber die geht jetzt hoch. Ich setz einfach mal auf oben und... Scheiße, du hast kurz gekuckt, ich Idiot auch. Ja. Punkt ist ja cool. Ja, stimmt. Ja. Und ich hab mir zweimal lang aufgeschrieben. Team Inkompetenz. Am Start. Ja. Auf jeden Fall, wir nehmen mal wieder die... Mein Handy... Man sieht's ja irgendwo... Warte, 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 warte. Ich guck's erst. Was? Du hast zu trinken, hat er gesagt. Achso. Tschuldigung. Kein Problem. Sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich hab noch gar nicht abmoderiert. Nicht, aber ich wollte bloß sagen, du bist perfekt zurückgekommen. Deswegen, vielen Dank soweit fürs Zuschauen. Die Bombe hat ja mehr oder weniger geklappt, die vorige. Und dann werden wir das nächste Mal unsere Jongleerkünste unter Beweis stellen. Bis dahin, mit eurem Team Inkompetenz. Tüdelö. Tschüss. Wir haben uns an unserem Wort diesmal keine Ehre gemacht. Tschüss. Gutes Mal. Alles? ames Damen und Herren. Zhu soh. Gute Mal. Untertitelung des ZDF, 2020